Willkommen zurück zu dem Referenzspiel namens Cyberpunk 2077. Wir sind im Telefonmenü meines immer wachsenden Telefons. Ich hab echt Angst, wenn das Spiel noch ein paar Stunden weiter geht. Es ist hier komplett überfüllt. Unsere Kasse ist immer noch ziemlich ebbig. Ich glaube, in Shadowrun hießen die Dinger doch ebbies, ne? Weil immer Apple ist. Nee, halt nicht anders. Egal, auf jeden Fall, wir haben einen Auftrag von Virginia Jones, der bringt auf jeden Fall ein bisschen Kohl. Geld 1 ist nur so 915-Wegwerf-Dings. Aber es gibt Story dazu. Die lautet wie folgt. Bad hat sich bei mir gemeldet. Mal kurz den Nicknames und simple Aufträge. Also erspare ich dir das übliche Fixergelaber und komm gleich zum Punkt. Bats Barm Mara hängt an dieser Nachricht. Du musst sie herunterladen, vorsicht gefährlich, und sieh dein Subnet vom Mega-Gebäude H11 hochladen. Kinderspiel, oder? Tja, leider nicht. Doch wir haben das von Tigers. Bats Plan besteht daran, irgendwelche Arasaka-Subnet abzugreifen, das H11 als Ablenkung zu benutzen. Clever, oder? Anstatt zu Bats echten Aufenthaltsort werden alle Spuren zu diesem Mega-Block führen. Übrigens, unser Netrunner hat den Aufzug schon gehackt. Du sollst also Probleme zum Server kommen. Muss ich das Ding selber hacken, oder kann ich das... Das ist die Autofahr-Quest, kann ich ja irgendwann bei Gelegenheit machen. So, warte mal. Das ist jetzt ein Sabotage-Auftrag. Haupttierkäfig, das ist das Monsterjagen. Achso, das ist der. Ich verkaufe diese Feindlede. Kann ich mal machen, der kurzen Niner. Das ist immer noch sehr hoch. Weil das ein Haywood-Auftrag ist, oder was? Weil es nicht in Watson stattfindet, wie alles andere, was ich mache. Also, gelang zum Haupt-Server, na Halleluja. Na gut, wie weit ist das weg? Das ist 80 Meter unter mir? What? Äh, wo genau? Oh, ah! Ah, ich hab ein Mega-Gebäude H11 gefunden! Schön. Darf erst mal hier so ein lustiges Stimulanzchen. Oh. Was hier passiert? Officer? Ich wollte nur mit euch reden, Alter. Also, so ein Mega-Gebäude H11 ist doch leicht zu versehen. Zum Beispiel, weil es riesengroß ist. Ist das direkter Wegpunkt hier? Aber H11 ist aber nicht das Ding mit den Clouds drin, oder? Doch, das ist das mit den Clouds drin, oder? Ja, doch ist es, doch ist es. Warte mal, ich glaube, ich hab noch nicht allzu vielzeug gefunden, aber ich kann ja zumindest mal dieses feine Sturmgewehr verkaufen und dieses... Nee, auch nicht. Aber hey, ich kann diesen feinen Junk... Oh, wow. Jetzt hab ich schon zwei legendäre Waffen auf Taschen, die ich nix anfangen kann. Also, wenn man sich wirklich mit diesem Spiel nicht allzu viel Mühe gibt, oder das ist halt einfach relativ einfach durchspielen, bevor man einfach anders spielt, glaube ich, auf Nahkampfwaffen. Aber das wäre zum Zuschauer ein bisschen anstrengend, weil ich dann nie den gebotenen Abstand hätte. Ist das hier Rettenwerbung? Naja, auf zum Serverraum. Der Serverraum ist fünf Stockwerke unter der Erde? Krass. Feeling kumquati today. Also die ganzen Bildschirme sind schon... Ist das eigentlich total überraschend, dass niemand diese Bildschirme kaputt macht, ne? Raubtierkäfig. Hm. Es ist ein feindliches Gebiet, wie hätte das gedacht? Was rein denn hier für Typen rum? Naja, gut. Gucken wir uns erstmal die Landschaft hier an. Hop. Hm. Also auf jeden Fall lustige Leute von den Tiger Claws rennen hier rum. Das ist ja schon mal viel wert. Gauner. Hm. Kann ich ja nicht Loot markieren? Oh, ich kann Loot markieren. Cool. Da sind Daten. Ich will ja auch nicht zu viel Zeug markieren. Wer haben wir hier noch? Okay, sind es wirklich nur die drei Joker hier? Dann geht es ja fast noch. Ha. Okay, ich glaube, ich sollte auf jeden Fall mal die... Ich weiß übrigens nicht so richtig, was es mir bringt, die Kameras umzupolen. Weil dann schlagen die ja trotzdem Alarm, wenn diese Leute sehen. Das möchte ich ja eigentlich nicht, ne? Soll ich auf der Treppe aber noch eine Kamera, ne? Oh. Ist schon hier noch ein Typ. Okay, wir testen dann gleich mal aus, wie gut mein... meine Pistole auf Kopfstoß funktioniert. Aber ich glaube, die Crit-Wahrscheinlichkeit ist nicht 100%, oder? zwar. Hm. Wo will der denn jetzt hin? Warte mal. Bessere Idee. Tschüss. Hä? Ich weiß doch gar nicht mehr, dass er im Kampf ist. Da hätte ich eigentlich gehofft, dass ich noch den besseren Kopfschuss hin kriege. Naja, was soll's? Ich meine, an sich hat sich unser guter Bad ja... Können die Kampfhundsieg bitte mal aufhören? Hier lebt niemand mehr. Ist ja schrecklich. Badmoss ist schuld vom Backbier. Das hatte ich schon gelesen. Ich kann mir übrigens nicht so richtig vorstellen, wie diese Betäubungswaffen überhaupt funktionieren. So was haben wir nicht mehr Schönes? Ah, das sieht jetzt der Matrix-Sieartig aus. Das sind hier doch noch Leute, die hier rumrennen, die ich leider übersehen hab. Ach guck mal, wir... Wir hätten auch mal über Treppen hochrennen können, ne? Ne, da oben rennt tatsächlich noch eine Wache rum. Das ist ja schrecklich. Jetzt weiß ich auch die ganze Zeit, wer feindlich sein möchte. Ich würde gerne diesen Gegenstand aufnehmen, aber nein. Sieht fast so romantisch aus, wie die beiden da liegen, ne? Bob. Also ich muss mal den letzten Gegner hier rausnehmen. Das ist ja schrecklich. Aber eigentlich ist meine Mission erfüllt, wenn ich hier drin war. Ach, hier hat es noch einen... Juri-Shaku-Gauner. Oho. Wenn ich Netrunner erschieße, droppen die Netrunner-Zeug? Der Untergang des Sturzes erstens Netz, habe ich das schon mal gelesen? Ah, ba-ba-ba-ba-ba. Also, naja, was ich meine. Ah, ja, aber das haben wir tatsächlich schon mal gelesen. Wer ist Doc Paradox? Äh, ha, 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 ha. Ne, das habe ich auch schon gelesen. Okay, an sich ist es dieser... Dieser Rigger, der mich die ganze Zeit sieht, oder? Das war ein Quick-Hack? Gegengang-Anhänger. Das ist bestimmt was wert. Also, mich hat die ganze Zeit der Decker gesehen, aber der konnte halt nichts machen, weil er halt in so'n Cyber-Dings-Bund rumhängt. Hey, Euro-Dollars, wuhu. Äh, wir benutzen erstmal den Rechner hier. Mal gucken, was wir machen können. Nichts. Okay, ist ja enttäuschend. Na gut, dann installieren wir halt die Malware. Ach, er geht mich damit selber. Mein, yay. Schön. Der hat übrigens sehr schöne Glastüren hier, muss ich ja sagen, ne? Ein bisschen wie ein Raumschiff. Schön. Jut. Jetzt, wo wir euch schon mal hier waren, prüfe ich jetzt die tausend anderen Wege, die es gegeben hätte, um aus dem Serverraum rauszukommen, die nicht darin bestanden hätten, mich durch irgendwelche Typen zu kämpfen. Äh. Okay, das wär' wesentlich cooler gewesen. Aber ich hab's halt nicht gebraucht, ne? Oh, ist nicht hier noch. Ausgefranst, recycelte Jeans. Die ist halt einfach mal blau. Oh, mein, die muss ich mal kurz angucken. Die sah so vom Design her ganz gut aus. Also besser als meine komische andere Rose hier. Zack, kurz, sehr nackt. Ja, wenn das Ding nicht gelb wär. Das ist übrigens keine Jeans. Das sieht überhaupt nicht nach Jeansstoff aus. Das Ding hat sogar bessere Panzerwerte. Und guck mal, ich könnte sogar Amodillo einbauen. Ach, komm, ich baue Amodillo ein. Zack, beste Rüstungswetter ever. Das ist so lästig, dieses Amodillo-Zeug. Das invalidiert halt einfach alles, was ich finden kann, ne? Habe ich eigentlich noch irgendeinen besseren Mandel seitdem gefunden? Elegantes Nano-Gewebe. Ja, okay, da sehe ich gerade so aus, als würde ich irgendwie meine Schicht im VEB-Butterfabrik anfangen wollen. Die komische Kutte ziehe ich schon mal nicht hier an. So, geht's hier irgendwie noch weiter hoch? Oder muss ich jetzt tatsächlich? Nein, jetzt noch mal Zeug. Ne, ich wäre von hier... Wäre ich denn hier hochgekommen? Also ich hätte ja maximal irgendwie mit so Cybersprung hier hochspringen können, ne? So richtig leise war ich jetzt mein Einsatz hier aber auch nicht, ne? Also... Ja, ja, in der Tat. Auf zum Erdgeschoss. Na gut, das war erstaunlich einfach, oder? Ob wir nochmal für Bad hacken? Oh, das mit dem ersten Puppenhaus der Antarktis habe ich letztes Mal wie leicht verpasst. Boah. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Auftrag erledigt. Danke, wie? Schon ein bisschen komisch, oder? Dass ich halt mit lauter lokalen Fixern zu tun habe, aber die Person, für die ich am meisten arbeite, ist eigentlich Regina Jones, weil ich andauernd Aufträge von ihr annehme, weil halt immer, wenn ich rumlaufe, die mir halt um die Ecke kommen und sagt, ja, ich habe ja was für dich. Ja, ich nehme das da. Seltener gesucht. Rette die Person hier. Ich verkaufe diese Fein... Okay, das mache ich jetzt. Ich finde einfach diesen Namen irgendwie so cool mit. Ich habe diese Feinledie. Kann ich durch dieses... Nee, das Gebäude kann man wahrscheinlich nicht komplett umlaufen, oder? Ach, immer diese... Warte mal, okay. Ich rufe jetzt mal Moppet. Ah, ist es schon. Random gespawnt. Fast wie Plötze. Obwohl, für den richtigen... Für das richtige Plötze-Fiel müsste das Teil eigentlich irgendwo auf irgendwelchen Gebäuden auftauchen, aber dass es hier relativ wenig Bauernhütten gibt. Ist das ein Mologram? Eine Fata-Morgana? Nein, Freunde, die Sonne schafft. Jetzt wird sie ein scheiß Sonnererzähler an dauernd. Soll ich jetzt zum dritten Mal? Ein bisschen... Ein bisschen ärgerlich. Ich habe schnell. Ein bisschen... Ein bisschen ärgerlich eigentlich, dass das... Dass die von den Radio-Hostes da nicht mehr gibt. Ich meine nämlich, du musst, wenn du zum Beispiel Gideas und Andreas so eins der Vorreiter so in Sachen Ingame-Radio, dass es da wesentlich mehr Radio gab. Eat the rich, bitch. Ich habe den Hinterhof hier nicht sogar schon und habe irgendwelche Leute erschossen. Ich muss diesen scheiß Puntmantel loswerden, ne? So, hier sollte ich irgendwas klauen, wenn ich mir recht entsinne, ne? Oh. Quicksave. Guten Tag, liebe Frau Cyberclaw. Warte mal. Ich würde die gerne hacken, wenn es geht. Warte mal. Erstmal... Erstmal Breach-Protokoll. Die Tatsache, dass du ja alles in jeden hacken kannst. Das ist halt irgendwie so ein bisschen... Also, so als Personen, die Cyberware drin hat, das wissen, dass andere mich eigentlich quasi jederzeit hacken können, würde mich halt ein bisschen minimal beunruhigen, ne? So ein bisschen... Was ist denn das hier? Ja, danke, liebes Spiel. Ich würde gerne diese Person hacken und nicht die Tür vor mir. So, ping. Hören wir da alles. Da hinten hat es eine Kamera. Gut zu wissen. Okay, gut. Dann erstmal die Kamera rausnehmen. Äh. So, Kamerasteuerung. Ich bin übrigens noch nicht auf dem Gelände. Ich würde übrigens tatsächlich einen besseren Pingbeiner kaufen. Oh, wie viele Kameras sind denn hier? Das ist ja schrecklich. Das ist der Hintereingang. So wie es aussieht, war es nämlich eine andere Tür. Ich werde ja wohl hoffentlich nicht alle Tiger-Claws hier rausnehmen. Oh, das ist Munition. Das ist Pistolen-Munition. Die bräuchte ich nämlich eigentlich mal. Gabelstab. Da ist noch eine Kamera. Okay, eine Kiste. Mir entschieden zu viele Kameras, die Burschen. Oh, Junge, Junge, Junge. Es sind wirklich viel zu viele Leute hier. Was ist denn das hier? Tiger. Tiger. Noch welche. Sag mal. Mit Drogen, Erpressung und Prostitution kannst du doch nur so und so viel Geld verdienen. Wie genau finanzieren sich diese Typen? Das ist ja schrecklich. Okay, Kamera ausschalten. So, und jetzt hier. So, wo haben wir denn hier? Betrugger. Optik, Neustart. Halleluja. Düm, 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 Düm. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich... Echt jetzt? Das Ding hat mich nicht recht hat mich nicht gesehen, weil ich dann gleiche vor davor hatte oder was? Außer dächerlich. Deswegen ist es meine neue Lieblingskombination. Optik, Neustart, plus einfach um die Leute rumlaufen, wegwogen. Dann könnt ihr ja gar nichts machen. Das ist richtig gemein eigentlich. Das muss ich noch viel öfter machen. Guck mal, hier ist eine Lampe. Wie ist denn hiermit? Wäre sowieso aufgestanden, oder? Echt, ich könnte den Typen auch in den Kopf schießen. Das klappt, glaube ich, nicht immer, ne? Ja, das klappt eben hier immer. Das ist halt so ein bisschen inkonsistent. Also, ich muss mich halt irgendwie so ein bisschen auf meine Crit-Rate verlassen bei solchen Schichten. aber wenn ich das halt nicht sicher weiß, dass mein Kopfschuss wirklich ein Kopfschuss ist und wirklich tödlich ist, weil ich brauche halt einen tausender Crit, den habe ich halt nicht immer, um die Leute rauszunehmen. Die haben halt irgendwas um die tausend Games-Funkte. Also muss ich mich darauf verlassen, dass ich den... Aber wir machen das einfach wie immer. Ne, nicht Synapse, nur hier ist der Optik-Neustart. Kann ich die Leute jetzt von vorne wirken? Ich kann die nicht von vorne wirken, ne? Oh, wer ist er denn? Warte mal, da müssen wir auch kurz auch nochmal einen Optik-Neustart einführen. Noch ein Optik-Neustart ist nicht drin, aber gerade hier macht haben wir. Okay, das klappt halt überhaupt nicht, was ich hier gerade mache. Das ist so lächerlich. Jetzt habe ich zwei Typen quasi die Optik durch gestartet. So, geht nicht nochmal. Na, dann Speicherlöschung. Oh Mann, ist das dumm. Also sie wissen, dass hier irgendjemand witzig durch die Gegend hängt, aber sie sehen halt leider absolut nichts. Ja, das tut mir ja auch doch... Aber wie wissen die da aber jetzt, dass ich hier bin, ne? Das sind aber ja schlecht. Auf der einen Seite, das hat keiner gesagt, dass... Obwohl, die wissen halt nicht, dass ich hier bin, ne? Woher denn noch? Wenn ich jetzt hier so Cyberbeine hätte, könnte ich wahrscheinlich hier an der Seite vom Haus einfach hochspringen, ne? Ich glaube, wir sollten mir doch noch die Hochsprungbeine besorgen. Ich glaube, die werden für solche Infiltrations-Jobs hier... Was ist das hier? Ich würde Telefon zählen. Warum sind diese Kisten hier transparent? Wofür? Ah, das wäre auf jeden Fall saupraktisch, ne? Weil wenn ich hier so Gebäude, die höheren Stockwerke einfach entern könnte, wenn ich einfach hochspringe, das wäre saugut. Hm. Ah, das sieht aber an einer guten Rampe aus. Da muss ich mich gar nicht so sehr bemühen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich brauche ich die lustigen Beine nie. Verdammt. Wie gibt ihr verschafft ihr Zugang über den Hauptcomputer? Ich könnte übrigens mal die Quest hierzu eigentlich mal durchlesen. Das habe ich doch bestimmt irgendwo in der SMS von der Regina Jones rumliegen. Kann ich die eigentlich bitte auf kurz verpacken, die gute Regina Jones? Ich rufe die so oft an. So, warte mal. Hier. Bo, 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 wo ist denn das? Oh, wie viel mehr Hits ich von hier ab? Immerhin sind die nach Kategorien geordnet, ne? Siehst du, das fehlt mir eigentlich noch. Dass du, also so, 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 wenn ich so ein WhatsApp-Signal oder Telegram oder was auch immer denke, das fehlt mir echt noch, dass ich Nachrichten wie Kategorien zuordnen kann oder so. Ja, ich habe leider keine Ahnung, welche Quest das hier ist. Band voller Sündlehne? Ah, nein, hier. Ahem. Rareware Courier Service, Lagerhalle Martin Street, Details. Das war kein normaler Auftrag. Du setzt zum Rareware Courier Service, Gebäude im Hothfight gehen und ein Minibus voller Lederjacken klauen. Ich weiß, ich weiß. So habe ich auch geguckt, aber der Job ist ein Kinderspiel. Irgendjemand schmuggelt Kampfjacken aus Sündleter nach Night City, um das Konzernen-Bagel zu umgehen. Das Leder wird in Form von Jacken importiert, die dann in Underground Ripper gehen, die für den Platate benutzen. Die würden zu guten Preisen verkauft werden. Nettes System, oder? Mein Kunde hat die Lieferung aufgespült, aber kann sich nicht persönlich darum kümmern. dass die Erstlagerhalle von den Tiger Claws kontrolliert wird. Nein, naja, jetzt weißt du es. Die benutzen den Laden zur Gatewäsche, also wundere ich nicht, dass sie sich da rumtreiben. Sei vorsichtig und viel Glück. Ach ja, das sind die hier. Also wäre es eventuell günstig für mich, wenn die alle tot wären? So komme ich hier einfach so hochgeklettert? Ah, komme ich. Ach, jetzt bin ich im feindlichen Gebiet. Vorher nicht, oder was? Also ich nehme an, anstatt mein guter Lieferwagen, der eigentlich mein Ziel ist, steht irgendwo unten. Wie lange dauert das? Zu lange, oder? Ich hätte vielleicht vorher mal besser gucken sollen. Es dauert. Okay, wir laden das nochmal. Das hätte ich wesentlich besser angehen können. Ich weiß ja, dass diese verdammte Bude ungefähr 20 Kameras hat. Da wäre es vielleicht ganz klug gewesen, wenn ich vorher nochmal geschaut habe. Ich bräuchte, was mir halt echt fehlt, ist dieser Flathead-Roboter, ne? Weil er halt überhaupt so einen Roboter mit dem ich irgendwie losschicken könnte, um schon mal vorzuscouten, der für mich ein paar Sachen hackt, ne? Bestimmt kann ich auch diese Drecks-Tür hier oben einfach so aufmachen, oder? Was? Gewaltseilwerfen mit drei? Ernsthaft? Okay, also das war wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass wir gesehen haben, wie man eine Tür mit Gewalt aufkriegt. Weil so Gewalt 3 ist alles und was ist der denn noch? Schon wieder diese Glastüren, die gibt es hier echt an jeder Ecke. So an sich wollen wir nach unten, aber eigentlich will ich die Typen hier rausnehmen. Jetzt fand ich schon, wer ist in der Dreckskamera? Also wirklich. Sehr gut, wenn ich irgendwie mal einen Computer finden könnte, mit dem ich an die restlichen Kameras komme, ne? Hm. Warte mal, kann ich... Habe ich nicht noch dieses Pfeifen-Implantat? Ne, gerade nicht. Aber das können wir ändern. was brauche ich mir am wenigsten eigentlich? Eigentlich brauche ich Pingen gerade tatsächlich nicht mehr. Das werde ich bestimmt total bereuen. Können wir eigentlich mal Pfeifen benutzen? Keine Ahnung, wie ich das jetzt ausnutzen möchte, weil diese gesamte Treppe ist halt echt durchsichtig. die eigentlich das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Wo will der denn hin? Äh. Kennt der noch eine andere Tür als ich? Äh. Geht der jetzt außen rum? Meiner ist mir auch recht. Kann ich den jetzt auch ranpfeifen? Da sind wohl eher langrennt. Mosh, Mosh. Das hatte ich mal gehört, dass das tatsächlich ein japanisches Hallo-Dings-Punkt ist, ans Telefon mit Mosh, Mosh ranzugehen oder irgendwie so. Er rennt jetzt wirklich genau andersrum. Rettet die Treppe hier hoch oder was? Der andere Typ auch. Er macht das halt echt. Ach, hier dachte ich, dass die KI echt da dumm ist. Ist das total mächtig, ne? Es ist gut, dass ich jetzt zwei Leute auf meine aktuelle Position gerufen habe. Ja, was auch mal du sagst. Aber kann ich jetzt noch seine Optik runterfahren? Ich glaube, ich fahre mal lieber seine Optik runter, oder? Ja, den sehe ich gerade nicht. Kann ich beide ihre Optik runterfahren? Was so das Attentäter-Business angeht, bin ich echt nicht gut, habe ich das Gefühl. Ach, Mann, jetzt muss ich mich wieder da oben laden. Ach, Menno. Dafür, dass ich ja nicht nur ein Auto klauen soll, mit dem ich wegfahren möchte. Das sind diese ganzen Tiger-Klosse, die hier oben rumrennen. Die sind ja mehr die überhaupt nicht. Aber zumindest, äh, probiere ich jetzt mal ein paar neue Cyberwares aus, die ich vorher nicht hatte. Ich sollte vielleicht auch mal zum anderen Netrunner laufen, der mir coole Sachen anbieten kann. Deswegen, mir fällt das ein bisschen auf, dass es ein bisschen trügerisch ist, wenn ich mich auf meine Scans verlasse, die ich vorher mit der Kamera mache. Was ist denn das hier für ein großes, flaches Dach? Ist ja wahnsinnig flach, das Ding ist. So, ich soll erst mal diese scheiß Kamera deaktivieren, dann fahre ich hier auch wesentlich besser. Jemand hat gesungen. Weißt du, warum? Die Polen! Ach, sind die Skeps Polen? Anstatt, anstatt Dingens? Wo ist er denn? Ist er wichtig? Ach, ist egal, eigentlich. Das haben wir Streetcrits gebracht? Über Derek Link Autorisierung. Ach so, das brauche ich für das andere Ding unterwegs. Vincent Apisa, Shoto Kuzugi. Hey Schota, ein Wagen voller Zutaten für dein Glitterprodukt ist Richtung Little China unterwegs. Kannst du deinen Leuten sagen, sie ein Auge darauf haben? Das Zeug sollte lieber nicht ohne Wachschutz von der Gegend coachiert werden. Du machst dir zu viel Sorgen, ich schicke ihn niemanden. Sorgt dafür, dass der Wagen wie ein Stück normaler Lieferwagen aussieht, Wachschutz sieht nur Aufmerksamkeit auf sich. Das wollen wir nicht. Das stimmt allerdings, ne? Logan sagt den anderen, dass ab heute jeder Fahrer vor Schichtbeginn seinen Auslass validieren muss. Wenn nicht, können sie die Autos nicht starten. Das ist nur zur Sicherheit. Ich habe gerade Jacken aus Bangladesch bekommen. Wie schon gesagt, keiner darf davon verloren gehen. Sorgt dafür, dass die hinterfotzigen kleinen Wichser aus deinem Lager das kapieren. Mir ist klar, dass manche Dinge bei euch verschwinden. Aber diesmal darf das auf keinen Fall passieren. Die Jacken sind mehr wert, als du glaubst. Grüß Tom von mir. Meine Frau fragt nach dem Rezept von letztens. Wir müssen uns mal wiedersehen. Äh, ja, bitte ausschalten. Und über, hinterlasse ich nicht damit irgendwie so ein bisschen meine Spuren, wenn ich mich bei solchen Geschichten hier mit Derek Link autorisiere? So, jetzt weißt du eigentlich jeder, dass ich hier gewesen bin, oder? Weil, wenn ich mich jetzt autorisiere, dann melde ich mich ja in den System, wo ich gerade bin, an, oder nicht? Und das ist auch ein bisschen verdächtig. Ich habe das Ding hier nicht zu Ende gedacht. Keine Ahnung, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es funktioniert natürlich nicht so, wie ich mir das vorstelle. Scheiße. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich muss jetzt beides mit BD beenden, aber ich kann es nicht. Ah, nee, warte mal. 1C, ich habe nur 1C. Passt das noch irgendwie? Nein, wir werden zwei Stück rausgeholt. Nice. Ich hoffe, hier kommt diesen Typen, hier kommt den nächster Zeit keiner besuchen. Was haben wir hier noch schon? Warum liegt die in diesen Kisten in den Sportwind rum? Bäh. Verdammtes Ausweichen. Wasser. Ja, ansonsten. Warum leuchtet dieser Ich denke, es ist eine Klimaanlage, aber warum leuchtet dieses Ding so lila? Wusstest du es? So, wir können jetzt in den Wagen steigen. Wir müssen nur noch irgendwie drei Stock Wege tiefer kommen und dann... Warte mal, eigentlich muss ich nicht drei Stock Wege tiefer kommen. Ich hätte, ich kann Kameras ausschalten, indem ich einfach an sie heranspringe. Einfach als gedacht, ne? So, ist das toll, wie es denn offen? Ich kann da Tore nicht remote öffnen, das ist irgendwie ein bisschen dämlich, ne? Okay, ich probiere das jetzt aber mit langen Quick-Sale, ob das jetzt hier wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oha. Tschüss! Hahaha! Gut, dass hier endlich quasi in Night City jedes Auto irgendwie so ein bisschen schusssicher gebaut ist. Das Fertz, ich muss auch wieder so eine Kuh weiß, dass hier quasi jedes Auto wie schusssicher gebaut ist. Einfach weil das in Night City anders gar nicht geht, ne? Also so viele Schießereien wie hier sind, das geht gar nicht anders. Ich kaufe, ich verkaufe diese feine Lederärkte. Das Quest-Ziel ist großartig. Äh, mein, mein Kompliment an den Übersetzer an der Stelle. Da vorne ist eine Straßensperre, wo das Auto ein bisschen schief gespawnt ist, was für mich jetzt natürlich sehr praktisch ist. Leider ist das hier mein Übergabeort das ist natürlich sehr schlecht. Ah ne, warte, ich muss hier noch weiter. Alter, hab ich schon erwischt, dass sich die Karie wie eine Kuh auf Eis fährt? Die Karie fährt sich wie eine Kuh auf Eis. Also das Ding hat Granaten nach mir geworfen, das finde ich nicht sehr gut. Ah, ich bin nicht mein Kampf hervorragend. Oh. Was ist denn das hier für eine Flagge? Oh, hi. Van ist angekommen. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Eins mit Sternchen. Oh. Also perfekt, das bringt ganz schön viel Kohle, dass ich hier nicht gerade nichts gemacht habe. Also perfekt war es in meinen Augen, ehrlich gesagt nicht, weil ich habe ja schon so ein bisschen, ich könnte übrigens noch mein neues Scharfitzgewehr ausprobieren, fällt mir gerade so ein, ne? Da vorne stehen dann irgendwelche, was sind das? Scavs? Das sind echt Night City Bewohner? Fanatiker von Maelstrom, okay. Kann ich irgendwie noch ruhig halten? Also das Problem an so ein, an diesen Tech-Waffen. Das war der 2100-Damage-Kopfschuss, meine Damen und Herren. Naja, das ist aber ein bisschen schwer mit so Tech-Waffen irgendwie einen guten Kopfschuss zu laden. Ja, wenn der Kopfschuss halt leider nicht aufgeladen ist, bringt das leider gar nichts. Warte mal, Freunde, wir müssen hier nochmal unsere Affäre nochmal neu starten. Ihr wisst doch gar nicht, gegen wen ihr hier kämpft. Na gut, der ist sowieso fast tot, ne? Ja, irgendwie scharfe zu einer Tech-Waffe, das ist halt irgendwie keine gute Kombination. Maffen abgesehen, dass ich sowieso nicht mehr viel scharfe zu einer Munition habe. Ich bin gerade so ein bisschen unzufrieden mit dieser Waffe. Fuck. Tot. Tot. Also den Teil, den ihr gerade nicht gesehen habt, das wie ich gerade so meinen Kopf so ein bisschen nach rechts hinter dem Mikrofon gehoben habe, als würde ich irgendwie vor dem echten Visier einer Waffe gucken und schauen, ob ich tatsächlich getroffen habe, weil ich mir irgendwie unsicher bin. Gut, ich habe Waffe XP gekriegt, insofern war es überhaupt keine Frage. Oh, und ich habe eine Straßensperre. Oh. Claire Russell? Mett ich, wenn du da bist? Ach, es ist das Autorennen. Wir tragen so eine Straßensperre. Ach so, wir können. Alles klar, ja. Okay, 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 okay. Gut, dann machen wir jetzt das Autorennen, würde ich sagen, ne? Aber erst beim nächsten Mal. War noch eine schöne Nebenquest, die wir gerade erledigt haben. Danke. Ähm, ich würde mal sagen, ich fahre mein Moped da hin. Das hoffentlich irgendwann mal ist. Und dann machen wir das Autorennen beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, äh, Cyberpunk. Bis dann. Ciao.